Hallo, Robert, Yachtschule Eichler. Ich lade herzlich ein zu unserem Vortrag am 17. April um 18 Uhr aus der Reihe Yachtschule Eichler, Vorträge kostenlos. Das Thema ist Frage, Doppelpunkt, Nordsee ist Mordsee. Es ist ihr bewusst als Frage formuliert und es wird in dem Vortrag ausführlich darum gehen, wie kann ich verhindern, dass letztlich jede Art von See unter den Besonderheiten der Nordsee, wie kann ich verhindern, dass es zu einer Mordsee wird. Es geht also im Wesentlichen um Datengewinnungen, was muss ich vorbereiten. Es geht um das Abgleichen von Daten und es geht um die Gefahrensituationen, die man erkennen muss, wenn es darum geht, wo komme ich rein, welches Gatt kann ich noch anlaufen, welches Gatt kann ich nicht mehr anlaufen. Besonderheiten zum Beispiel nach Spiekeroog rein und dergleichen mehr unter Berücksichtigung von Strom, Wind und Welle. Das Ganze wird eine gute halbe Stunde dauern. Es ist kein Unterricht, sondern es ist ein Vortrag, was gibt es für Gefahren, ist gedacht für alle, die da draußen herumfahren, nicht so sehr für die alten Hasen, die die Nordsee schon kennen, für die gibt es nichts Neues, sondern es geht primär darum zu erfahren, für diejenigen, die Ostsee oder Mittelmeer fahren, wenn ich so etwas selber mal probieren will, was muss ich berücksichtigen, was muss ich tun, damit nichts schief geht. Herzlich Willkommen, 17.04.18 Uhr, YouTube Live und der Vortrag bleibt dann natürlich als in Anführungszeichen Konserve stehen und kann auch später gesehen werden.